Erlebe, wie Menschen Gott suchten und fanden. Die Haut wurde besser. Ich muss nicht auf alles meine eigenen Antworten haben. Und ich fing an zu verstehen, wer wirklich mein Feind ist. Wahre Lebensgeschichten verpackt in ein Musical und berührende Inputs von Live-On-Stage-Redner Gabriel Häsler. Weisst du, es gibt noch so viel mehr, als einfach, dass es unserem Körper gut geht. Es gibt für dich die Möglichkeit, ein Kind von Gott zu werden. Ihn nicht einfach als Herr zu kennen, sondern ihm Vater sagen zu dürfen.